Aber wenn ich, hey, es ist Freitag oben, ich will nicht, was ich mache soll, ich habe keine Freunde, ich habe gar nichts, soll ich jetzt schlau vergehen oder was? Doch halt, ich habe eine Idee, der... Aber bitte mach das gescheit. Du kannst doch selbst machen mit deinem Scheißdrektor. Du strimst ganz oben, was mache ich? Rumsitze wieder. Grüße. Aber halt, ich habe eine Idee, der tut mir das strimt für heute. Ey, super, mein Abend ist gerettet, es gibt noch ein Ding, sonst schriebe ich... Heine, Panty, Ha... Ähm... Machst du jetzt gescheit? Ähm... Aber für Heimatwicht gibt es heute. Zu gewinnen. Vielleicht ist es nicht klar. Es gibt noch andere Skins. Und andere Skins. Ihr strimt wird jeden Dienstag, jeden Donnerstag, ab 19.30 Uhr, jeden Freitag ab 22 Uhr. Fregt euch mal in euren Bern ein. Dankeschön.